Ok dann hallo und herzlich willkommen zu diesem GTA 5 Video. Wir machen heute ein Heist. Hab ich gehört. Ich hab ein neues Mikrofon. Genau, den haben wir schon mal probiert. Genau, den haben wir schon mal probiert. Hat aber nicht hingekaut. Wir werden ihn aber weitermachen. Aber egal. Das sehen wir dann schon, wenn wir das ganze machen. Aber auf jeden Fall. Der Stefan startet jetzt den Heist. Nein, Moment. Jetzt darfst du auf Schwarz spielen. Nein. Warte mal. Was? Schwarz oder? Nicht auf Schwarz. Mach's auf normal. Ja. Und jetzt startet der Stefan. Genau, das ist es starten, weil die haben wir nicht mehr auf Schwarz probiert. Mittlerweile ist der Stefan, der schon heißt, startet. Der Lukas, der mit aufnimmt und streamt momentan. Und der Walter, der bei mir im Hintergrund mitquaten. Bin auf Pilot, ne? Keine Ahnung. Team Ansehen, Bodentrupp. Wir sind aufs Ziel. Okay. Ja, das war schon. Okay, Walter und wir wollen Pilotenscheid. Jeder geht in das Team, das ist ja schon mal probiert. Das war schon mal so. Das war schon mal so. Ich wusste immer, ehrlich gesagt. Die eine ist egal. Ich bin völlig gelungen, aber es geht so gut beim Schirrst. Das ist ja schon mal so. Das geht so gut beim Schirrst. Das geht so gut beim Schirrst. Das geht so gut. Das geht so gut. Das geht so gut. Und bei der Zeit der Woche. Ja, die Lamarkin war so was. Ja, ich wollte das sagen, wie ich es auch sage. Vielen Dank. Ganz Oma, Timo, Ansehen. Ja, das geht so gut. Team ab so viel weiterreden wo es vielleicht wunderbar denn wir sind los ist so gängig und so vollmännliche jahre und Frauenhand den Storbringer vorliegen wie der Muskel hat erlösen in der jüngeren Prozent die Form mit meinem Progen T20 weil es ist sie haben Krummer kommt Lukas, ich fuh bei dir mit. Der ist doch herrennt'n. Ja. Also bei mir kann er halt bei mir fuhren. Ja, das war ein guter Start. Dann fuhren wir los, oder wie? Ja, auf geht's. Wieso? Du musst deinen Teil aufhören. Nein, nein. Wo fährst denn du? Was machst du denn? Was wird denn das? Ja, ich fuhre zu mir zu jetzt. Ja, ich fuhre zu mir zu jetzt. Ich mach Slipstream. Mann, der Heini nervt sich mit seinem Gelaber. Fuh, ey. Fuh, ey. Irgendwas mit Truck-Diener, keine Ahnung. Später kennen sie dann wieder keiner mehr aus. Ja, genau. Nein, sie wissen zu mir, kennt sich die Flugfelder. Wir sind aufbauen. Wir sind möglichst flügelig. Wir sind langsame Wunder. Da ist ja auch gut immer so viel. Ja. Ja. Hey, warte's ein wenig auf dem Mekko-Ruma geht nicht zu gut. Ich hör doch noch. Uuuuh. Uuuuh. Ja, das soll heute so... Wir haben heute alle so so irgendwelche so Bluetooth-Heads in unsere Ohren. Ja, genau. Und so soll sie das auch haben. Aber für den Computer kann es doch mal ein bisschen von der Realität weggehen, damit man überhaupt noch irgendwas versteht. Und wenigstens ein bisschen besser machen. Das möchte doch gar keiner verstehen. Ist doch völlig egal, was die da sagen. Und da ist sowieso immer das gleiche. Das stimmt. Keine Ahnung. Ohら. Wie? Was... Hau mehr Passwort auf dieses wieviel? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Hier, wo Passwort auf dem Aufnahmke-Channel gesetzt. Der Joni ist wieder durch. sie sind hallo hallo schon liebte aber wir haben auch nur den heißen und wenn man den auf also ja wo es ist nicht unbedingt schlimm du kannst vielleicht unser link zu hören wenn du mich so dass du mein streamer eine zu besuch und zu schauen ob es überhaupt läuft oder im 1 von meinem wassort ist ja schon der lukas mehr mit die kälte denen genau ich mit dir mann die verdienen ganz viel scheiße Lukas das ist auch gut im gsenk so richtig die sind na bei mir nicht Stefan du nutzt du nutzt ein WLAN Stick was erwartest du Binderwertige Leistung Stimmungsabbrüche, Penetration du wirst gemobbt von deinen Mitschülern, Mitstreamer und Mitzocker und so weiter Streamer musst streichen das stimmt ja ja gut du streamst Antenne Bayern ohne Spaß wir gucken wir doch quer nach Pantwa ja das stimmt das ist voll langsam bevor wir rein in Kuruma und du bist mit der Supersport Karinisch da ja das ist ja dicht hinter uns und wir haben NPCs die wieder mal voll im Weg eine fahren ja und bei mir ist es ungefähr ein Kilometer hinter uns ja eben wir haben noch 1,3 Kilometer wir haben noch 500 Meter Motorradfahrer mitnehmen sehr klar oh scheiß jetzt geht's auch aufpassen geh Maske aufsetzen ja lol da ist ein kaputtes Auto Leute Leute gehen wir bevor wir wieder volle Karacho eine zum Flöger schießen wir ist nieder vom Flöger aus mhm ach der heißt es das ja genau ja ich muss aber Maske auf weil Maske ist auf ist eigentlich gut Lukas ich hoffe ich habe mich sehr gut gekämpft äh ich habe gerade gemerkt dass Reifen hieß egal was ist denn die Klippflik warum bist du denn mit dem Kuruma gefahren? weil der schnell ist was machst du da rum? nichts die anderen klären das jetzt ich habe vor Arbeit geleistet und die anderen können jetzt mit ihnen ganz so aus ich bringe da an dem Schlier weg das war vor Arbeit geleistet in dem äh schon mal vor uns her und ist ohne legal Lukas wir machen die 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 Stand kämen für mich im Leben ja er muss wieder das Buch schießt die Kälte da kann man jetzt auch immer wieder da hast du auf die Sendung über irgend so was die hat bei den Mainz am Ausgaben oder ein Aborto-Job-Haupten aber zu uns geschehen Proximity mehr und so ein Blatt ein Motto mehr Hoffnung behoben und ihr was sie in Kodoba na 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 die Berner braucht nicht sehen ja die sind so viel Antio für den Effekt Scheiße für den Effekt genau Hallo X Hanni im Stream Lukas wo man dahinten reden weil der der ist übrigens bei mir auch drin herzlich willkommen diese sind immer bei uns beide drin ich verstehe es nicht das wird bloß bei mir drin sein ich kapier's für euch nicht die Hand ja oder du musst sie schon im Kopf drehen ich glaub die Gängen über die Multistream Seite ein die Dolen und uns kennen aber der Stefan hat nämlich so werben die so gut supportet wurde ja genau ob noch mal super ich glaub ich sie mir bei zivilen geschossen fast wie mit dem Polizisten vorhin das ist wirklich so dass man den Olli killen muss sie sind sonst ist auch anstrengend werden so ein bisschen Lohler ist hier um den Monat im Kind die Bestärkung oder um die Sonnenblatt und die Kerstin hat vorhin eine Idee die Start- und Lattebahnen das ist frei heute ja das stimmt die Autos wie der Schlitzel zwei Minuten irgendwie der Flügelkonferenz der Wolter das muss nur ein Lob Lohler Autobrennt aussteigen 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 ja ich denke ich bin Städtchen und den Weg gehabt wird der vom Flugfeld jetzt brennt alles mein Gott warum leckte sie so vor der Zahl das soll ich schieren nein er ist ein exkultiert ist ein explodierter Kommerix Moor ja auch nicht mit Sommelbrennen kommt immer es ist immer das Problem doch wir haben brennt es ist die Autobrenn bevor es explodiert das ist das ist jetzt die Kinder was übrigens nur ab nach ist der Steffanen Hildfurt zum Sammeln der Pilot mit der einsteigen und losflüllen nun wenn die Börse aus den McKinsey und Geld zu du musst du wirst und jeder mit vor dem Ding in den Weg kommen heute und ist es die Leck ist der Wälder wurde von mir eingesammelt Streicher ist groß Neuropa ist postfreie Bahn verlasse das mit Kenzi Fluch für die Binnungswürde aber nur ein Haumau Euro du kämen jetzt glaube ich nur wo das macht nix links oder rechts und kostet das aus ist egal einfach weg rot aus bleibt auf dem flugplatz er ist erst zuerst wir sind er verlassen und sind immer wieder hier die kinder sind entscheidend bei lausher dass man kennt sich um zu stehen wie du dann verlassen wir vor allem schritt auf zeiten die zeichen der hervorragende vorwiegend bleiben ja ungefähr fahr weg stefan jaja ich bin schon dabei stefan wo fährst du jetzt genau lol was machst du weg vom flugfeld fahr nicht da oben stefan da war der roland gerade verrückt fast ich bin über also das jetzt echt singen müssen ich bin über die leitplanken drüber und zwar bei ich bin aber ein zu mir ist glaube ich jetzt so jetzt müssen wir so muss man hier kommt jetzt wieder zurück in die stadt rüsten zufrieden wenn dann sich erinnert was überhaupt beste wollte fertig ist die stelle erhebungen vom moment stodo wieder anzumachen weiter tut die region die siehst du das schnell okay lukas aus der wettbewerb ja in stodern im bau haben den wursen wursen die sitzen sitzen wir den gleichen um ein bisschen her die auch genau oder so einfach mit mit stadt bei dem ganz schock mitten in der stadt bei einem ganz schocken geblendet mit dem mit dem eingekreist der lieben heißt wort man ach so aber er hat was schocker 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 mit dem eingekreist genau dann ist am schweck oder stefan du bist zu diesem wo er sich schon im moment ist die nahe die gesessen ob es gibt das leckt es einfach um an und so minimiert so und nur mit so schädigst du über den bildschirm schicke nein das ist in der zeit nur schwarz genau eben das war schlimm wenn wir schon gesehen hätten die ganzen Kornow ja eben Kornow 1 Hentai 2 die habe ich alle auf meinem Desktop weil da ist immer der beste Platz da kann ich es am schnellsten eröffnen nichts nichts schlimmes hier die weg er hat mir immer in den Ort der Bremse auf dem Desktop um ein Jahr russien bis aus der Pfeil der Flügel super ich fliege gerade ein bisschen gegenwärtig mann ich bin immer kurz weg ich komme in einer Viertelstunde oder so wieder ja kein Problem hat er war es also dann das war der erste heißteil jeder wünschen dass ihr dann nur den zweiten und dritten im fünften und den 69. heißteil anhoher schaut der 69. Teil ist eigentlich der wichtigste das ist kurz vorm finale aber nicht selber spielern ist oder nur kurz davor so und ja dann auf jeden fall wir wünschen euch einen schönen abend und auf wiedersehen äh schauts mal her was ja das kommt noch mit rein wir müssen immer zum walter schauen das gehört jetzt nur zur ersten folge dazu ist ja da hinten oder es geht nicht okay dann hat der walter einen völlig sinnlosen kommentar hat meine Hauptmoderation eigentlich müssen da das mit das hat davon behindert hat die Aufnahme zu beenden okay ja das macht nichts ich hab's jetzt auch extra in den Urlaub zu sagen ja ja geil so okay aber jetzt also bis zum nächsten Mal sie aus ja bis zum nächsten Mal sie aus guys ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020